Der Erlösungssonar – Edging zur Luststeigerung Nach Feierabend brennt Denise' Verlangen darauf, befriedigt zu werden, und sie weiß auch schon, auf welche Weise es geschehen soll. Ohne wieder Worte zu dulden, schickt sie ihren Partner in ihr Arbeitszimmer, in dem das unerbittlich intensive Edging sie beide gleichermaßen heftig kicken wird. Mit einem unerwartet reizvollen Schluss. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen